Du klatschst aber kein bisschen so. Okay. Ich weiss gar nicht, wenn du zugeben musst. Wenn einer deiner Team-Mates am Anfang der Runde im Battle-Bus rauskommt und der andere nicht rauskommt, dann wird es keine gute Runde. Ruhige Musik Sein Zeug ist so schwierig, so komplex und verschachtelt, dass er manchmal in den Kauf nehmen muss. Oh, wieso gehör die 15 Mal? Lonesam! Ganz langsam! Was weiss, du spürst dich wuerer Lautwort. Ik gehör die 15 Mal, bro! Ich höre dich heim, du Hörnissge Das war nicht ... Schön, dummer, du Hörnissge Oh, es hat nicht funktioniert, ich wäre das Joint Game Nein, ich bin so dumm Minus Du bist stark füt per eigenителя Hä? 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 Shino, dein Game war so Hörnissge Ich bin in dein Game ruf gekommen, ich rutsche so dir Ich habe nicht einen Knopf, ich habe mich nicht bewegt Und er lässt einfach so eine Kante los und stürzt 100 Meter in die Tiefe und stirbt. Das war so das Zeichen. Nein, Reto, du hast es falsch gemacht. Honig. Ich liebe Honig. Kamilla. Sein Lieblingsgemüse. Hehehe. Nope. 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 Wow. 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 What the Freak ist jetzt passiert? Zu lange hier bleiben, Jungs. Wir haben das Auto gehabt und gehen weiter in Rettungshaltung. Auf jeden Fall. Zeig irgendwo, du willst lauten, denn jetzt kommen alle Leute herunter. Pass, go. That was legitness. Wow, wie ich jetzt durch diese Tankshülle gefahren bin, Alter, und ich habe sie nicht gestreift. Nichts ist passiert. Holy shit. Ich dachte, ich stirbe. Fight! Okay. Let's fucking go, bro. Let's fucking go. Let's fucking go. Let's fucking go. Er fliegt halt einfach total harte meine Dings in ihm. Ich habe keine Ahnung, was das war, bro. Holy smokes. Oh my god. What the fuck? Alter. 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 Schade, den muss ich nicht mehr laden. Ich kann nichts mehr laden, du hast mich gewidmet jetzt. Hier hinten haben es noch komische andere Viecher. Oh, er hat mich gesehen. Er hat mich gehört, glaube ich. Macht auf mich zu. Okay, alles klar, du willst Schläge. Du willst Problem. Okay, er hat mir Probleme gehört. Danke, mach dich auf. What the fuck, jetzt erquatscht mich. Oh my god. Oh my god, meine Haupte. Retreat. Gestorben. Weißt du was ich meine? Am Anfang. Genau, man soll einfach Wand bauen, wenn er beschossen wird und Rampe zu mir, wo er aufkommt. So, check. Und dann editieren und so, können wir später noch machen. Sollen wir mal die Map sehen, mal die Waffe kennenlernen, dann checken, wie er gerne spielen möchte. Die Movement und so, uns hat eh genug Bints und so am Anfang. Es ist recht, er muss eh da rein kommen. Wenn Alex seinen ersten Edit macht, das wird absolut Legende. Wenn du so eine Wand machst, siehst du wieder den Blick. Was? 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 Ich bin gestorben. Dort ist Fortnite gestanden, Bro. Ja, das ist gut. Dann geschrieben, well done. Und dann der nächste Message war Fortnite. Night. Dann nehmen wir oben noch Grace irgendwo. Und noch so ein Reiss, glaube ich. Der sieht anders aus, Bro. Der sieht wirklich so verfallen, als wie du das gesagt hast. Der ist anders als ein Skelett in einem Tempel. Mal sehen, dass wir die combottren. Niente Jahre alt. Ich habe vrede mit einer Explosion, aber ich habe durchgegen, und je hat mich das erklärt, das war nicht. Oh, Gott! Oh mein Gott, nein. Du sagst mir doch noch einentes Tagov-Fighter. Siehst du dir ein stor劣 ist, wie? Du sahst mir komplett skell. Dramatisch. Dramatisch war ich jeder Cait. Dramatisch war ich mit. Dramatisch war. Du hast du eine Rade aus, die Pflanze. Pflanzer. Pflanzer. Oh, Mensch! Oh, Mensch! Oh, Mensch! Oh, Mensch! WTF, Nico? Jetzt, jetzt, jetzt. Ich glaube, jetzt sprucht er etwas. Schau. Ja, 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 ja. Ein Heimtrank ist rausgekommen. Whack. Weiss, die Jungs müssen nach vorne. Hast du eine Uzi oder so, Doug? Irgendeine automatische Waffe. Ich habe jetzt nur Pumpe. Er hat meine Uzi gefressen. Ja, ja, ja. Alex, kannst du mir eine Uzi geben? Alter, gehen weg von Alex. Alex hat wieder getrollt. Absolute Miss geben. Absolute Miss geben. Danke, Alex. Danke. Geiler Sieg. Ja, ja, viel Spass. Du bist so ein Troll. Ich helfe dir nicht, Mann. Du stirbst jetzt einfach. Ich habe dir genau gesagt, was du machst, Bro. Ich habe dir genau gesagt, was passiert. Jetzt geht er auf den Doug. Hast du ein Foto? Ja, so fett. Typisch Alex. Ich weiss auch nicht, Mann. Sag mal Alex, Bro. Schau, jetzt spucht er dir noch Syrien an. Alter, Doug ist richtig am Struggle wegen dir. Du bist so ein Messer. Schau. Ich habe mich litt gemerkt. He is having a broken clinic. Ich habe eine Halle gesehen, Armourbrock. Gerade gehalten. Der war schon drauf. Scheissgame. Genau er war noch nicht. Genau er war noch. Ein dritter Move nach vorne rechts. Jetzt sind alle hier hinten, Bobi. Armourbrock, durch die Wand durch. Ich sch Bombay kaputt. Da und einer durch die Wand. Holy shit, let's go Bro. Ich komme zu dir, Jim. Ach, du bist unten. Nice. Noch nicht, Timon. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Super, Alter, wir haben dich so geklebt jetzt gerade, he? Alex, komm da, wie bei Twitch, zeig mal vor Hühnen. Kannst du die Erbogen zusammenbringen? Blablabla. Geist. Okay, Alex, nice, nice tricks hast du da. Ich glaube, hinter deinem Stuhl ist etwas runtergefallen. Ja, hinter meinem Stuhl ist etwas runtergefallen. Ah, hold up. Boop, boop. Ah, danke. Janis, ich schreibe jetzt deinen Namen da hinten auf meine Tafel. Dafür, dass du mir da gerettet hast, dass mein Handy am Boden gefallen ist. Schau, wir haben eine neue Szene, wenn einer so... Bist du sicher? Okay. What do you think, Bro? Ich dachte, es gibt ein Update. Du machst das Update und denkst, ah, easy. Vielleicht haben sie Stasia gefixt. Es war sehr nervig und so. Es hat alle Leute gestresst. Und anscheinend das Game meine, nope. Aber guess what? Battle Pass Bonus New Shop Black Eyes Introducing the first legendary blueprint for the blablabla Shut the fuck up, fix your game. Haben wir überhaupt etwas zum... Wir sind voll einklamt, ne? Wir sind nicht die Papie geämen, die ganze Zeit auf uns an. Ich habe sonst das Gefühl, ich kann ja... Ich würde schon runterkommen. Oh mein Gott! Let's fucking go! Let's fucking go! Let's fucking go! Let's fucking go! Let's go! Let's go! Let's go! Hello, QDpie! Hi! Du hässliche Tante. Ist etwas. Zieh, auch vor der Tante zurückgekommen. Bekrochen bist. Chat, danke, dass ihr da war. Ich muss ein bisschen stressen. Es ist schon 20 vor 1. Ich muss geschlafen. Ich muss nur arbeiten. Danke viel, viel Mal. Schlafen gut miteinander. Hure epische Musik da. WTF? Bleibt gesund. Passet auf euch auf. Wir sehen uns morgen, würde ich behaupten. Wahrscheinlich mit kleinen Sourpunk Elden Ring Fortnite. Ja, danke viel, viel Mal nochmal und schlafen gut miteinander. Und danke für den Raid kriegen. Zum Glück. Ach. pim und Chiunsch cooldowne. Ich hoffe, das war richtig.